Musik 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 Ja ok Scheiße man Scheiße Alex bringt uns hier irgendwie zum Lager Ich knall den ab, Alter Lager ist da gerade Ja ich weiß sogar wo das Lager ist Oh 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 Gott Er legt doch nicht auf der Besserung Er legt doch nicht auf der Besserung Er legt doch nicht auf der Besserung Nee der gibt aber auch nicht auf oder Ja der will das dann Der will das dann Der will das echt haben Er gibt ja wie wohl unser Heli ist Äh engine Engine fliegt bald hoch Man wird da komplett im Arm und trotzdem kommen wir irgendwie weg Ja 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 Zum Glück sind wir weg Hans Bauern Wir wollen uns um Ja Ich würde sie nicht auf Das war nicht Bis zu gar in England Nein weil ich den Baum geflogen, dann war er hochgegangen Was? Oh, fuck Fuck Ey, Junge Warum will er unbedingt den ganzen... Lager Ja, Lager, ich weiß Ich glaube, ich weiß, was du tust Wo ist die Mod? Komm, 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 hier rechts Rechts, 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 rechts Zelt? In dem Zelt, genau Ja Nimm mir die Mod Ich fick den Mach ein Platz Mach ein Platz Mach ein Platz Wo ist er? Oh, scheiß Jetzt ist er abgehauen Passi Ganz gut Aber bei Ü wird es erstmal voll auf den Unter geblättert Ja Boah, geil Wir müssen aber das Dolce wegbringen Wir müssen uns hier ein Auto nehmen Oder du nimmst hier ein Helikopter oder so Aber wir müssen die Autos hier erstmal wegbringen Ich weiß nicht Haben wir Teile noch eine Helikopter? Ich glaube ein Karma noch Ich guck mal, ich guck mal den Dingeln Der ist gelandet, der ist gelandet Wo ist deine Carmo? Ich hab kein Carmo-Clothing mehr Nein, deine Carmo-Wache Ja, die ist im Hatchback Im Kleinen Guck mir, ob ich Ich suche mir hier eine gute Position aus Ich hab da Angst um seinen Heli Berechtigt Na gut, wenn ich mit der Mutt ankomme Dann hätte ich Orang zu meinem Heli Ich hab nur noch Ich hab 60 Schuss an den Typen verballert Aber das war's wert, Alter Ja komm, Max haben wir noch Im Lager von Dings hier Da hat sich grad wer was getan Warst du Lust? Ich, ich, ich hab Outfit gewechselt Gut, ich weiß nicht, ob es unauffälliger ist, weil der schwarz ist Ich hab mich in so ne Tanne gewunkert Oh Gott, siehst du mich eigentlich? Ich bin wieder der erste Tanne auf dem Feld Ich weiß nicht genau, wo du bist Hier, Tanne links Feld Gut, dann siehst du mich nicht Los Ich bin gerade da hinterm Gieren von irgendwas Ich bin hier an unserem Zelt Gut Sonst hättest du dir direkt ne Kugelgeral rein bekommen Ja ok Ok, ich hab 3 Max für das MG Bring ich dir mal Wo bist du? Hier an der Tanne. Lauf ich in die richtige Richtung? Ja, siehst du mich? Ach da hast du, ja. Okay, in meinem Rucksack, du merkst. Guck dir mal, gerade ist es auch da. Wir sollten uns beeilen. Ja. Geht, nöcke. Alles, ganz geht. Ich geh hier oben rauf und sniper. Gut. Die wollen hier runter kommen und uns ficken. Äh, ich schieße die Autos, wenn die wirklich kaputt wird, wenn die... Nee, nicht hoch, ja. Damals auch ganz gut gut hat. Nee, nee. Ja, aber wenn der jetzt zum Beispiel in den SUV steigt... Der hat hier nicht gelandet, nördlich von uns. Das heißt, der kommt da von dem Berg. Also gleich da, wo du hinguckst. Ja, ich weiß was. Um mich mal hinzulegen, ob ich... Ah, perfekt. Hast du eine gute Pose? Ja, ich hab nur eine gute Pose, mich sieht man nicht. Aber ich seh... Ich kann hier durch... Durch die Blätter gucken. Alles klar. Fett. Hat ein Zombie gespawnt. Ja, oder mal? Ja, kein letzter. Du musst scrollen, wenn ich die Entfernung... Ja, nein, was wir schätzen. Entfernung. Ja schon, Alex, ich glaub ja nicht. Ey, so wie du den Heli geflogen hast und gelandet hast, Alter. Ja, komm. Du hast ja nicht fast schon Ordnung bekommen, ey. Ich hätte es niemals von Scheiß. Warum wir zum Landen so übelst lange. Ich hab ja nicht mehr. Das ist ein Aha, aber nee, das hört sich schnell. Siehst du irgendwelche Bewegungen hin? Da hinten! Wo? Ja. Ja. Ich hab ihn gesehen. Eine Antanne. Facken Zombie. Tritt, tritt ihn einfach. Okay, ich weiß nicht genau, wo du ihn gesehen hast. Ich hab ihn gesehen. Irgendwo weiter oben? Ja. Nicht hoch. Ein bisschen weiter links. Da hat er sich gerade hinter so eine Tanne gepunkert. Links. Höhe? Mittig? Ganz oben? Siehst du ihn vielleicht mit der Schüsse? Mittig. Ungefähr. Da ist so eine Tanne. Ich muss beobachten, weil da war der Typ. Da hat er sich bewegt. Da ist er ihn gelaufen. Ja, definitiv. Da. Ich sehe ihn. Hast du ungefähr gesehen, wo der Schuss eingeschlagen ist? So weit links? Ja, so weit links. Ja, so weit links. Da war der. Da hat er eine Olle und ein Typ. Und es war definitiv keine Bots. Halt mich zu sehen? Kannst du noch mal hin schießen, bitte? Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht genau, wo. Ich müsste raten. Da war nur ein Zombie. Aus ist selber. Einer Kille ausnehmen. Vielleicht sehe ich sie. Ich sehe sie nicht. Richtig Mission Impossible mäßig. Ich glaube sie warten ab. Ja. Können wir auch. Ich... Okay, du bist da sehr auffällig. Würde ich sagen. Das heißt, du solltest mal Posi wechseln. Sehr. Wird den Baum besser? Ja. Wird einfach irgendwo... Ja. Wird der Baum gelegt. Nein, hier sehe ich nichts. Nein, hier sehe ich nichts. Ah, ich sehe... Ich sehe ein Laufen. Ich sehe ein Laufen. Warte, 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 warte. Ah, hast du Angst bekommen, ne? Wo denn? Moment, Moment. Ah, komm. Links oder rechts? Habe ich ihn? Stellen wir uns hier hinten auf einmal hoch? Ja! Habe ihn. Geil. Wo genau warte? Weil da waren zwei, ne? Wie soll ich beschreiben? Soll ich beschreiben, wo der liegt? Ja. Ah, gut. Ach, der achtetanne. Jetzt wird ungefähr... Warte. Don't play this card again. God should. We'll play another card. So, we'll wait. I'm not a terrorist bandit. You are... Don't play. Don't play this card again. You bloody... Don't play this card you. oder relativ weit unten. They killed me! Der hat uns mit einem Helikopter beschossen, der Vogel! Hm, wer? Der Boon, oder wer? Just because someone take money off you. Guck mal, ey. Ich glaub die haben rausgefunden was du gemacht hast, Alex. Ah, das tut mir irgendwie auch leid, aber irgendwie auch nicht. Äh, wenn du so bist du gerade. Ich weiß gar nicht, wo genau du bist. Egal, ich hab mein Geh, ich glaub, wenn... Siehst du mich? Ja. Okay, dann setz ich mal an. Dann warte, dann setz ich mal gerade hin bitte. Dann guck mal, geradewegs zu den Autos. Und dann ein bisschen nach links, ich sag ja wo da war. Und noch weiter nach links. Weiter. 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 Noch ein bisschen. Die HP da! Die Olli, ja. Da oben ist der Heli auf dem Berg. Ein paar Latschen drauf. Er ist die von oben? Ja, sie fliegt gerade weg. Meine Mod hat nicht den Reich. Meine Mod ist... Die Reichweite von meiner Mod ist zu klein. Naja, ich kann's auch nicht sehen, also... Ah, da, da! Nee, das war ein Zombie. Die Olli ist weg. Ja, ich seh's. Da fliegt er. Sie ring hoch. Naja, reicht nicht. Okay, wir haben's geschafft. Okay, sag mir mal, wo der jetzt... Entschuldigung. Die Olli ist weg. Der ist weg. Bis zum nächsten Mal.